Wie gut könnt ihr anfeuern und klatschen und schreien? Äh, klatsch mal? Lass mich schreien? Also habt ihr schon geschrieben? Also komm nicht ran, komm hier nicht ran. Und ein paar Eltern machen und dann schlafen. Okay, ihr seid super. Ich muss euch wohl leider etwas sagen. Eure Eltern sind lahm. Oder? Oder? So, liebe Eltern, wo seid ihr? Wie klingt das, wenn ihr applaudiert und anfeuert? Wo sind nur die Eltern jetzt? Okay, okay, das wird besser. Wie klingt das, wenn ihr alle klatschen und schreit? So wird das was. Dann holen wir alle tief Luft, einatmen. Ausatmen. Nochmal. Ein letztes Mal. Okay, denn jetzt sind sie für euch bereit. Jetzt lassen wir sie raus. Hier sind für euch! Kianna Tommi! Kianna Tommi! Kianna Tommi! Und hier sind... Kianna Tommi! Kianna Tommi! Kianna Tommi! Vielen Dank.